Ja moin Leute, euer Sascha hier. Hi. Ich wollte mal meine eigenen Erfahrungen weiterbringen mit Kreatin. Ich nehme jetzt seit gut 10 Tagen jeden Tag 5 Gramm Kreatin. Man sagt ja immer so in 5 Kilo Fleisch sind ja ungefähr so in 1 Kilo Fleisch sind 1 Gramm Kreatin drin. Müsste man ziemlich viel Fleisch essen, was natürlich völlig unmöglich ist. Und ich habe gemerkt, die Muskulatur wird klar härter, man hat noch mehr Pump, mehr Vaskularität. Man kann das mit Arginin zusammen nehmen. Sehr, sehr gut. Also ich würde euch da empfehlen, mit Kreatin zu arbeiten. Halt nicht zu viel nehmen, nicht mehr als 5 Gramm. Egal welche Form, das HCl-Kreatin-Hydrocreate wirkt natürlich sofort im Gegensatz zum Monohydrat. Das ist richtig top. Und das würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen. Von unserer Blackline, das Hydrocreate-Hammer-Produkt. Es kommt hier gerade einer zu Besuch. Das ist hier... Sven sagt doch mal Hallo. Hallo. Das ist hier unser Sven, Strongman-Athlet. Wann geht es bei dir los? Oktober. Oktober? Beginner Cup, Beginner Cup. Beginner Cup? Okay. Und was hast du jetzt, was bringst du auf die Waage? 130. Und da arbeitest du auch mit dem Kreativen von der Blackline Hydrocreate, ne? Ja, natürlich. Sehr gut. Ja, da hört ihr das, Leute. Der Sven ist da auch sehr zufrieden. Ist jetzt hier Kraftathlet, Beginner Cup und Strongman. Und das Hydrocreate ist ja für jeden Athleten einsetzbar. Kampfsport, Fußballer, Tennis, alles Mögliche. Und, ähm, also ich bin ja mehr auf Definition und das Hydrocreate ist wirklich top. Und, ähm, teste das auf jeden Fall mal aus hier. Kommt mal hier, Bodies Harburg. Wir haben auch gerade hier eine Challenge mit, ähm, Liegeschütz hier. Wer 102 schafft, das ist ja gerade der Rekord. Der kriegt hier, ähm, 10 mal Shake to go, Booster to go gratis. Und, ja, wie gesagt, mit dem Kreatin arbeite ich so lange. Und, ähm, also wenn ich irgendwie eine Definition verlieren sollte, dann würde ich damit sofort aufhören. Also bin ja mehr auf Definition, Ästhetik und so weiter. Und gar nicht auf Masse. Und auf jeden Fall Kraft ist top. Und, ähm, ja, schreibt irgendwas in die Kommentare, wenn ihr über andere Produkte irgendwie Erfahrungen, ähm, was Informationen haben wollt. Betalanin, Citrolin-Balat. Da gibt es ja so viele verschiedene Sachen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Und, ähm, ja, bis demnächst. Ciao.